Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Getty Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr bei Snapchat euren Hintergrund ändern könnt. Dafür geht ihr einmal in den Chat rein, in dem ihr gerne den Hintergrund ändern wollt, wie zum Beispiel hier und drückt nun einmal oben auf das Profil rauf. Nun scrollt ihr einmal runter auf den Punkt Unser Chat und wie ihr sehen könnt, wird euch Wallpaper hier schon angezeigt. Nun können wir hier einmal raufdrücken und wie ihr sehen könnt, werden uns nun verschiedene Wallpapers angezeigt, die wir uns hier einfach aussuchen können und dann einfach speichern können und somit unseren Chat hinzufügen können. Ich würde mich über ein likenen Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.